Willkommen zu einem neuen Video hier auf Smart Life. Im heutigen Video möchte ich dir einen weiteren Weg zeigen, wie du Ikea Firmware Updates over the air oder das Original Drahtfrey Gateway über Zigbee2MQTT installieren kannst. Und wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran bis nach dem Intro und dann wünsche ich dir jetzt hier viel Spaß mit dem Video. Gut, dann lass uns mal starten. Ich hoffe, es geht von meiner Stimme her. Ich bin ein bisschen erkältet. Habe ich dir gezeigt, wie du an sich Zigbee2MQTT aufsetzt, sodass du eine komplette lauffähige Umgebung hast, um die Geräte dann auch nutzen zu können. In der Zwischenzeit sind es nochmal ein, zwei weitere Geräte hinzugekommen und ich muss sagen, ich bin wirklich hier begeistert von dem ganzen Thema. Es gefällt mir viel besser als jetzt hier dann das ganze Management über DECONs. Und ich denke, ich werde hier auch erstmal dabei bleiben und möchte dir heute zeigen, wie du Ikea Geräte updaten kannst. Da hatte ich jetzt auch in der Vergangenheit schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich dir auch nochmal rechts oben, wie du das Ganze über DECONs realisieren kannst. Das hat im Grunde genommen auch wirklich gut funktioniert hier für die Ikea Geräte. Es geht hauptsächlich jetzt um Firmware Updates von Ikea Devices. Wie gesagt, hatte auch wirklich gut funktioniert jetzt bei mir. Es ist allerdings etwas schwer gewesen, die Updates an sich zu triggern. Das heißt, die per Strom betriebenen Geräte, die sind auch wirklich relativ schnell upgedatet worden. Das heißt, ich habe den Prozess angestoßen und dann hat eben DECONs nach verfügbaren Updates geschaut und hat die dann auch entsprechend installiert. Eigentlich in auch einer angemessenen Zeit. Wo ich jetzt Probleme hatte, war eben bei den batteriebetriebenen Geräten, wie hier einem Symphonisk Soundcontroller. Und im heutigen Video möchte ich dir zeigen, dass du auch hier über SIGBI to MQTT OTA Updates einspielen kannst. Und du siehst das auch bereits hier. Sobald du hier ein neues Gerät angelernt hast, dauert es dann eine gewisse Zeit. Ich habe es jetzt nicht genau beobachtet, wie viele Minuten oder Stunden das waren, aber es ging wirklich zügig, nachdem das Gerät hier hinzugefügt wurde. Wird automatisch geprüft, ob hier Firmware Updates zur Verfügung stehen und ich kann die dann auch direkt installieren. Das machen wir dann gleich. Aber nochmal kurz zurück zu den Geräten. Was mir halt auch wirklich sehr gut gefällt, wenn du hier auf das Gerät draufklickst, du bekommst wirklich schön Details angezeigt mit Bild. Was dann auch größer wird, wenn du mit der Maus drüber gehst. Dann hast du hier nochmal Gerätetyp, SIGBI-Modell der Hersteller. Du siehst hier nochmal das Firmware-Datum. Und da sieht man auch, die ist schon jetzt doch zwei Jahre alt. Mehr als zwei Jahre, 2019, 03, also März 2019. Und da hat IKEA doch jetzt inzwischen auch neuere Versionen rausgebracht. Die wollen wir heute dann aufbringen. Und du siehst den Batteriestand und siehst hier im Bereich Details nochmal weitere Informationen, nämlich zur Batterie und die zuletzt ausgeführte Action. Also was hast du auf dem Symphonisk Soundcontroller geklickt. Also wenn ich dich jetzt hier mal bewege, siehst du das, ändert sich auch direkt hier die Action. Und das finde ich doch wirklich echt cool. Das wird schön mitgetrackt, sodass du auch die Actions nutzen kannst. Und was ich hier sehr gut finde, ist die Link-Quality. Und die ist wirklich jetzt hier beim Maximalwert mit 255. Sagt eben aus, wie gut ist die Verbindung hier zum Coordinator oder zu anderen dauerbestrumpen Geräten, was ja dann ein Indikator für die Qualität deiner Verbindung im SIGBI-Mesh ist. Und das wird ja auch sehr schön visualisiert auf der Karte. Das hatte ich dir ja auch gezeigt hier. Wenn ich die Karte nochmal neu lade, dann siehst du das entsprechend. Hast es auch nochmal direkt hier am Gerät dran, den LQI-Indikator. Ja, und kriegst eben hier eine schöne Visualisierung. Ja, das wollte ich dir eben nochmal kurz zeigen als in Anführungsstrichen kleine Wiederholung, wenn du hier jetzt direkt mit diesem Video einsteigen solltest. Und nicht mit meinem Einsteiger-Video zum Thema SIGBI-2MQTT. Aber wie gesagt, jetzt soll es ja auch um hier das Firmware-Update gehen. Und im Prinzip musst du auch nicht viel einstellen bei meinem Video zum Firmware-Update über Dekons. Da musste man ja doch auch ein bisschen was tun. Man musste was im Hintergrund aktivieren. Man musste ein Skript einbinden. Man musste das Skript ausführen auf dem Raspberry Pi. Das habe ich alles über den Desktop gemacht. Was aus meiner Ansicht nach auch wirklich, wenn man es einmal gemacht hat oder auch das anhand des Videos so durchgeht, schnell und gut machbar ist. Ja, also man kann sich da gut durchhangeln. Hier in dem Bereich oder jetzt über SIGBI-2MQTT musst du eigentlich wenig einstellen. Das ist alles schon mehr oder weniger vorkonfiguriert. Das heißt, im Bereich Einstellung, OTA-Updates ist dann soweit alles vorbereitet. Du könntest jetzt auch den Update-Check hier disablen. Im Standard ist der aktiviert und es ist nochmal ein Intervall hinterlegt. Und das war es auch schon. Und der Rest passiert dann automatisch. Wir haben das jetzt schon gesehen anhand des Gerätes. Wenn ich jetzt wieder auf OTA klicke, bekommst du direkt, wenn ein Update verfügbar ist, das Ganze angezeigt. Und das füllen wir dann jetzt auch aus. Bevor wir mit dem eigentlichen Update starten, nochmal als kleinen Randnotiz wie bekommst du dann auch das Gerät hier in die Umgebung rein. Im Prinzip mache ich das dann immer so. Immer dann, wenn ich Geräte anlernen möchte, setze ich hier wieder den Haken, Permit Join. Und dann wird ja im Prinzip dein Netzwerk gesnifft. Das heißt, alle Geräte, die in dem Zeitraum, wo auch hier Permit Join gesetzt ist, angelernt werden, die fängt dann automatisch hier SIGBEE2MQTT ein. Deshalb deaktiviere ich das jedes Mal, wenn ich dann auch Geräte angelernt habe, damit ich hier nicht alles Mögliche reinbekomme. Beziehungsweise ich teste auch andere Dinge mit anderen Umgebungen. Von daher mache ich den Haken dann immer raus. Du könntest den auch theoretisch lassen. Ich, wie gesagt, mache den dann immer raus. Jetzt nehme ich ihn wieder rein. Und dann musst du die Rückseite vom Symphonisk Soundcontroller öffnen. Drückst schnell fünfmal hintereinander den Reset-Button. Und dann sollte die rote LED auch anfangen zu blinken. Und dann kommt auch das Gerät hier schnell in SIGBEE2MQTT rein. Das nochmal als kurze Randnotiz, wie du das Gerät hier überhaupt dann managen kannst. Und dann geht es jetzt aber auch hier weiter mit dem Firmware-Update. Wir sehen hier dann auch nochmal in der Update-Übersicht, welche Geräte denn jetzt ein Update angezeigt bekommen. Also Hersteller, Modell, das aktuelle Datum der jetzigen, jetzt installierten Firmware-Version und die Firmware-Version. Ich klicke dann als nächstes hier auf Update-Geräte-Firmware. Dann wirst du nochmal gefragt, ob du absolut sicher bist. Ich sage hier OK. Dann hier unten kommt dann die Bestätigungsmeldung, dass das Ganze jetzt im Prinzip initialisiert wird. Und dann muss man dem Gerät auch etwas Zeit geben. Es handelt sich ja hier um ein batteriebetriebenes Gerät, auch noch mit einer, ich sage mal, schwachen Batterie. Nämlich mit einer Knopfzelle CR2032. Und damit jetzt hier die Batterie nicht leer gesaugt wird, geht die SIGBEE2MQTT im Prinzip her und macht das alles in kleinen Paketen. Das heißt, du musst hier auch eine gewisse Zeit mit einplanen, bis dann das Update installiert ist. Und von daher, das geht jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten, sollten das etwa so ein, zwei Stunden sein. Aber dann sollte die ganze Geschichte auch installiert sein. Und wenn dann hier das Update abgeschlossen ist, dann geht es ja auch gleich weiter. Was auch ganz wichtig ist, sobald du hier den Update-Button geklickt hast, dass du das Gerät aus dem Schlafmodus aufwächst. Es ist ein batteriebetriebenes Gerät. Und ja, damit die eben Batterie schonen, gehen die immer in den Schlafmodus, wenn die nicht betätigt werden. Von daher, wie gesagt, wenn du den Update-Button drückst, dann auch am besten mal hier den Symphonis Soundcontroller drücken oder auch drehen, sodass hier Actions ausgeführt werden. Und dann wird er im Prinzip aufgewacht und erhält dann auch tatsächlich den Update-Befehl. Und du siehst hier unten auch immer wieder mal einen Update-Status. Rechts unten hast du vielleicht gerade gesehen, hast aber auch hier den Fortschrittsbereich, Fortschrittsbalken. Siehst hier die verbleibende Zeit. Ist jetzt etwas mehr als die, ja, ein bis zwei Stunden, die ich eben genannt hatte. Aber am Ende muss man dann mal schauen, wie lange es tatsächlich dauert. Was ich jetzt dann tue, ich stelle den Symphonis Soundcontroller wirklich direkt neben das Gateway, damit er eben wirklich eine supergute Verbindung hat, um dann eben diesen Prozess auch zu beschleunigen. Rechts unten bekommst du auch immer wieder mal so kleine Status-Updates angezeigt. Achte da mal gleich drauf. Hier siehst du es wieder, 1,91% sind übertragen worden, also knapp 2%. Wie lange hat es jetzt gedauert? Zwei Minuten ungefähr. Ja, dann kann man sich das ja hochrechnen, wie lange das jetzt dauert, bis die Firmware übertragen ist und dann auch installiert ist, sodass man da eben auch die entsprechende Zeitangaben bekommt. Von daher, ich glaube, ja, läuft das erstmal so weit. Ja, und wenn das Update dann gleich installiert ist, dann schauen wir uns natürlich das fertige Gerät nochmal an, dass soweit alles funktioniert hat. Dass die Actions weiterhin funktionieren, also die Befehle und ja, dass eben auch die Gerätedaten aktualisiert werden. Ja, und nach einiger Zeit sehen wir dann auch hier oben den Fortschrittsbalken. Wir haben jetzt knapp 14% erreicht und du bekommst immer wieder rechts unten hier in der Ecke eingeblendet. Achte da gleich mal drauf. Weitere kleine Update-Hinweise zum Fortschritt, auch zur Zeitdauer noch. 117 Minuten wurde gerade angezeigt, sodass du da jederzeit auch mittracken kannst, wie weit der Update-Prozess dann vorangeschritten ist. Und ja, wenn dann hier das Update fertig installiert ist, dann schauen wir uns auch das fertige Ergebnis an. Nachdem das Update installiert wurde, sieht das Ergebnis erstmal so aus, wie hier abgebildet. Das heißt, der Fortschrittsbalken wird ersetzt durch einen Button Prüfe auf neue Updates. Natürlich, wenn du jetzt hier eine neue Prüfung durchführst und auch nochmal deinen SymphoDysk einmal drückst, beziehungsweise aus dem Schlafmodus aufwächst, sollte das Ergebnis so aussehen wie hier unten. Nämlich, dass keine weiteren oder neueren Firmware-Versionen verfügbar sind. Das ist dann erstmal das Zeichen, dass das Update soweit installiert wurde. Jetzt kommt aber leider das große Aber. Du siehst hier, die Firmware-Version in dem Bereich hat sich nicht verändert. Das ist immer noch die Version, die auch vor dem Update-Vorgang angezeigt wurde. Und selbst wenn ich hier die Seite aktualisiere, ändert sich nichts. Und wenn man nochmal in die Release-Notes schaut bei Ikea, sieht man ganz deutlich, dass hier für den SymphoDysk Sound-Remote eine Version 2.3.080 angegeben wird. Ja, jetzt habe ich erst lange überlegt, ob das Update doch nicht installiert wurde. Habe das auch nochmal mit einem weiteren Gerät probiert. Immer mit dem gleichen Ergebnis. Als nächstes habe ich dann angefangen zu recherchieren und bin auf die GitHub-Seite des Projektes gegangen und habe dann entsprechend auch einen Bug gefunden, der auch noch hier mit Open deklariert ist, wo eben genau dieses Problem gemeldet wurde, dass bei dem Over-the-Air-Update eben das Reporting nicht sauber funktioniert und damit dann auch die neue Version nicht angezeigt wird. So, die Frage ist dann eben, wie kannst du trotzdem sicher sein, dass alles funktioniert hat? Ich bin dann eben einfach hergegangen, habe hier meinen anderen SymphoDysk Sound-Controller, den ich abgedeht hatte, wieder in DECONS angelernt, also in mein anderes Gateway. Und wenn man sich das Ganze dann im VNC-Viewer anschaut und ich habe jetzt hier entsprechend schon den Sound-Controller markiert, siehst du ja das Ergebnis hier auf der linken Seite. Also du siehst mal, dass das hier der Sound-Controller ist und siehst dann eben auch, dass die neue Version 2.3.080 installiert wurde. Ja, und damit kann ich dann eben sicher sein, dass das alles soweit funktioniert hat. Ist jetzt leider erst mal so ein bisschen umständlich, das so zu prüfen. Aber wie gesagt, ist ja dann auch an der Stelle ein Bug. Von daher sollte das, wenn der Bug natürlich auch noch behoben wird, hier entsprechend angezeigt werden. In Summe und als Fazit muss ich aber festhalten, dass der ganze Update-Prozess wesentlich schneller voranging als jetzt über DECONS beziehungsweise über DECONS habe ich die batteriebetriebenen Geräte erst gar nicht so weit gebracht, dass der Update-Vorgang angelaufen ist. Das habe ich für all die Geräte geschafft, die jetzt über Strom angeschlossen sind, aber nicht für die batteriebetriebenen Geräte. Von daher war ich jetzt auch ein bisschen unzufrieden und hier über Zigbee2MQTT klappt das wirklich super cool und du kannst auch schön hier den Fortschritt immer mittracken und es geht auch wirklich von der Zeit her schnell. Das hat jetzt in Summe ungefähr zwei Stunden gedauert und dann hast du hier deine Firmware aktuell drauf installiert. Ja und trotz des Bugs hat mich eben dann hier dieses ganze Update-Prozedere einfach mehr überzeugt als über DECONS, was für mich eben auch ein weiterer Grund ist, mich nochmal viel, viel mehr hier mit Zigbee2MQTT zu beschäftigen. Ja und was habe ich noch gelernt, bevor eben dann der Update-Vorgang angestoßen wird? Ja, solltest du eben darauf achten, dass deine Batterie genügend Kapazität hat. In dem Fall hatte ich jetzt hier eine neue CR2032 eingelegt, hier in den Soundcontroller und die war dann auch bei 100% und du siehst dann eben, dass jetzt hier der Update-Vorgang ca. 25% von der Leistung abgeknabbert hat. Von daher sollte man eben darauf achten, dass genügend Batteriekapazität zur Verfügung steht, sodass dann dieser ganze Vorgang auch sauber abgeschlossen werden kann und nicht irgendwie mittendrin unterbricht. Das soll es soweit gewesen sein für das heutige Video zum Over-the-Air-Firmware-Update über Zigbee2MQTT. Wenn dir das Video gefallen hat, du das Video auch weiter empfehlen möchtest, dem YouTube-Algorithmus eingefallen tun möchtest, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn du hier neu sein solltest, auch in Zukunft solche oder andere Smart Home-Themen sehen möchtest, dann lass mir auch gerne ein Kanalabonnement da, falls du noch kein Kanalabo hast und aktiviere die Glocke, denn dann wirst du jedes Mal aktiviert, sobald ich ein neues Video online stelle. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder dabei und sage, mach's gut, bis bald. Und... ... ... ... ... ... Vielen Dank.